Wir wissen ganz genau, was du mehr als alles auf der Welt liebst. Natürlich ist es Schokolade. Genau wie unsere heutigen Challenge-Teilnehmer. Also mach es dir bequem, wir starten. Cindy, wir müssen so leise wie möglich laufen. Und jetzt so schnell wie möglich. Oh, ist das cool. Mein Pop-It sieht ja toll aus. Wir haben heute beide Glück gehabt. Cindy, kann ich bitte anfangen? Ich liebe mit den Dingern zu spielen. Ich kriege gar nicht genug davon. So schnell. Ich komme gar nicht mit deinen Fingern mit. Oh nein, sie brennen. Du meine Güte. Ich muss sie dringend abkühlen. Mary, du hast hier alles in den Rand gesteckt. Mach dir keine Sorgen, alles unter Kontrolle. Das hätte ich gleich tun sollen. Jetzt bist du dran. Ich bin auch schon bereit. Es kann losgehen. Aua. Wieso ist das Ding so hart? Mit dem Pop-It stimmt doch was nicht. Ach so. Ich glaube, ich habe es verstanden. Vielleicht ist das Ding ja essbar. Probieren wir mal. Das riecht nach Schokolade. Und schmeckt nach Schokolade. Wow, da hast du ja Glück gehabt. Ich würde auch gerne was probieren. Cindy, hörst du mich? Halt. Du isst doch alles auf. Mary, du verdirbst mir den Appetit. Lass mich. Ich habe nicht vor zu teilen. Ich werde wohl selber einen Ausweg suchen. Na, warte. Was ist los? Sorry, aber du bist selber schuld. Hättest mit mir teilen müssen. Jetzt kriege ich alles. Irgendwie geht es mir nicht gut. Schokolade. Mary, was soll das? Finde ich damit ab. Mary, willst du einen Zaubertrick sehen? Schau her. Wow, Kopfhörer. Vielleicht schaffe ich das ja auch. Hm, wie cool. Die muss ich sofort ausprobieren. Schauen wir mal. Hm, was spielt da gerade? Ich mag Musik. Die müsste mir gefallen. Hm, muss. Will ich gleich tanzen? Als wäre ich auf einer coolen Party gelandet. Einer Party, wo ich der Star bin. Was ist denn, Mary? Ich höre nichts. Ach so, das sind deine Gedanken. Sorry, du musst aber zurück in die Realität. Was hast du angerichtet? Es wird Zeit, dass ich mir meine Kopfhörer anschaue. Die sehen voll ungewöhnlich aus. Das ist ja Schokolade. Ich hatte recht. Lass mich auch was probieren. Nein. Die gehören mir. Du zwingst mich mal wieder gemein zu sein. Und diesmal werde ich Nutella gebrauchen. Ich nehme mir die echten Kopfhörer und stecke da einen rein. Cindy wird keine Ahnung haben, wo der echte Kopfhörer sich befindet. Oh ja, das sieht gut aus. Die Kopie kommt gleich hierher. Das war nicht schwer. Und der Schoko-Kopfhörer gerade mir. Schmeckt lecker. Die Schokolade ist so weich. Ich will mehr. Wow. Gut, dass ich noch einen Kopfhörer habe. Komm her. Guten Appetit, Cindy. Nee. Oha, wie lecker. Äh, Mary, hörst du die Musik? Wo kommt die her? Aus deinem Magen. Mach den Mund auf. Ich will auch hören. Ach komm schon. Mach den Mund auf. Ich will tanzen. Denkst du etwa, ich lasse das so einfach zu? Auf keinen Fall. Ich klebe mir den Mund mit Klebeband fest. Ha, ich habe einen Plan B. Ich brauche ein Stethoskop. Damit lausche ich deinen Magen und voila. Ich kann schon wieder die Musik hören. So nervig sein. Essen, essen, essen. Ein riesiger Burger ist ja klasse. So groß und mit so viel Belag. Ich liebe es. Dein Burger ist zwar cool, aber hast du meinen Schokoburger gesehen? Das ist der echte Jackpot. Oh, was ist das? Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Ich will aber nicht gleich mit dem Dessert beginnen. Marys Burger gefällt mir. Hey, was machst du? Mach, dass du wegkommst. Das ist mein Burger. Mary, schau mal. Was ist da? Ups, reingefallen. Wenn du nicht teilen willst, muss ich ihn dir wegnehmen. Hier kommt etwas scharfe Soße drauf. Schön viel. Aber vorsichtig, dass Mary nichts bemerkt. Super. Es hat funktioniert. Cindy, ich habe nichts gesehen. Hä, das riecht ja seltsam. Ah, ich ahne etwas. Schau mal, was ist das? Ich glaube dir nicht. Na gut, blöder Plan. Ich habe einen besseren. Hier hast du einen Zauberwürfel. Schau mal. Warte, ich dachte. In nur wenigen Sekunden. Unglaublich, das ist ja cool. Ich würde auch gerne probieren. Warte kurz. Das reicht, gib her. Hey, das ist ja gar nicht so einfach. Und ich glaube, ich komme durcheinander. Endlich habe ich Zeit gewonnen. Diesmal nehme ich mir Schokosoße und verwandle meinen Burger in einen Schokoburger. Ich weiß ja, dass Cindy meinen Burger scharf gemacht hat. Und sie denkt wirklich, ich falle drauf rein. Das kann sie vergessen. Eins, zwei, drei und fertig ist der neue Schokoburger. Gut gemacht, Cindy. Lass es dir schmecken. Genau, den Burger habe ich ja ganz vergessen. Ich bin mir sicher, er wird mir gefallen. Hä? Wieso ist das so heiß auf einmal? Ich brenne. Mein Plan war genial. Und jetzt kann ich die Schokolade genießen. Super. Ich verstehe nichts. Wo ist unser Essen? Schauen wir noch einmal. Irgendwas sagt mir, es muss was auftauchen. Du hattest recht, Mary. Es ist Cola. Ich liebe die. Und ich kriege Schokolade. Genauer gesagt, eine Schokoflasche. Wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber die Idee gefällt mir. Probieren wir mal. es ist Schokolade, wie erwartet. Die esse ich jetzt auf. Lecker, schmecker. da ist noch was drin. Hoffentlich eine nette Überraschung. Wow, so viele Bonbons. Die muss ich dringend rauskriegen. Schau mal, Cindy. Sind die nicht hübsch? Ich wag es ja nicht, sie anzufassen. Die gehören mir. Super. Ich will noch mehr davon. Davon habe ich geträumt. Und die Schokolade esse ich gleich mit. Ich kann mir das nicht in Ruhe ansehen. Mary, hör auf. Lass mich auch was probieren. Das ist ausgeschlossen. Das gehört alles mir. Du bist ja zuckersüchtig. Das ist das Beste, was ich je probiert habe. Mann, das ist so lecker. Cindy, jetzt bist du dran. Aha, genau. Ich habe ja noch eine ganze Flasche Cola. Wie konnte ich das vergessen? Ich muss sie öffnen, aber das ist gar nicht so einfach. Gibst du etwa auf? Es klappt nicht. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich diese blöde Flasche öffnen kann. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Die Säge wird mir sicher helfen. Cindy, du machst mir Angst. Ich tue alles, um die Cola zu probieren. Oh Mann, nicht mal der Gasbrenner hilft mir. Mist, blöde Flasche. Wie soll ich dich aufkriegen? Mary, es hat geklappt. Jetzt bin ich nass. Tja, heute ist wirklich nicht dein Tag. Aber dafür konnte ich die Flasche öffnen. Gut gemacht. Ich gehe in Deckung. Ach, komm schon. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss. Tschüssi, 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 tsch